Mit der von Didactum angebotenen Sensor Probe 8 des Herstellers XS Pro erhalten Sie ein selbstständig arbeitendes, netzwerkbasierendes REC-Monitoring-System zur Umgebungsüberwachung Ihrer kritischen Räume und Anlagen. Zum Betrieb der Sensor Probe 8 müssen Sie keine weitere Software oder Agenten installieren. Auf Wunsch können Sie das Sensor Probe 8 Monitoring-System in SNMP-Monitoring-Tools oder Netzwerkmanagement-Software wie zum Beispiel Nagios oder WhatsApp Gold integrieren. Wie der Name SP8 schon verrät, besitzt das Sensor Probe 8 Überwachungsgerät 8 Anschlüsse für die intelligenten IP-fähigen Sensoren von XS Pro. Nach dem Baukastenprinzip können Sie an diesen Alarmserver Temperatursensoren, kombinierte Temperatur-Luftfeuchtesensoren, Wassersensoren, Rauchmelder oder auch Sensoren für die Überwachung potenzialfreier Schaltkontakte anschließen. Jeder angeschlossene intelligente Sensor wird automatisch im Webinterface der Sensor Probe 8 angezeigt und kann individuell konfiguriert werden. Die Sensor Probe 8 wird inklusive 19 Zoll Montagewinkeln ausgeliefert. MIP-Files und SNMP-Tools sind im Lieferumfang enthalten. Setzen auch Sie auf die Monitoring-Hardware von Didactum. Gerne nennen wir Ihnen namhafte Referenzen.